Herzlich willkommen hier in Nürnberg auf dem Waldmüller GTI Software-Messestand. Ich zeige euch heute die neueste Generation unseres webbasierten HMI's ProconWeb Embedded Systems. Los geht's! ProconWeb Embedded Systems ist maximal skalierbar und plattformunabhängig. Für euch bedeutet das größtmögliche Flexibilität. Aber was heißt das genau in der Praxis? Wir setzen auf offene Standards und Kontainerisierung. Damit sind wir sowohl auf dem offenen Waldmüller Betriebssystem UOS als auch auf industriellen PCs oder unseren Partnerplattformen ControlX von Bosch Rexwood, Siemens Industrial Edge oder Flex verfügbar. Als webbasierte HMI-Lösung bietet ProconWeb Embedded Systems alle Features, um zum Beispiel industrielle Kräne bedienen zu können. Hier auf der Messe zeigen wir die umfangreichen Möglichkeiten, die sich zusätzlich zur Reihensteuerung der Applikation ergeben. Beispielsweise umfassende Statistiken zur effizienten Planung von Wartungsarbeiten. Besonderen Wert legen wir dabei auf die Akquise, Vorverarbeitung und Kommunikation der Maschinendaten. Dank APIs, Kommunikationstreibern und offenen Schnittstellen können die gewonnenen Daten in anderen Anwendungen weiterverarbeitet werden. So zum Beispiel in Resma, der Waldmüller-Lösung für Energie- und Produktionsmanagement. Viele weitere Informationen zum Thema ProconWeb und Software von Data to Value findet ihr auf unserer Website. Klicke einfach auf die Links in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch! Badmüller-Lösung. Klicke einfach auf die Anwendung von 1.5--4--5-0-1-5-0-1-3-4-1-4-0-5-0-1-4-0.1.8-6.0.1.5-4-0.1.8-0.1.5-2-0.1.5-0.1.5-0.1.5-0.1.5-1.5-0.5.0.1.6.3.